Also ich fühle mit den Athleten, ich bewundere ihr Können, was sie alles machen, sei es Pirouetten, Elemente, Bremsen, Fächer, also was sie alles zeigen, springen, tolle Leistung. Also das Eiskunstlaufen bei den Special Olympics ist eine eigene Welt, es gibt Levels, das heißt es wird nach Können eingeteilt und das Wertungssystem ist auch anders als bei der anderen Olympiade. Ich würde am liebsten gerne mitlaufen, am liebsten beim Unified Team, irgendwann vielleicht einmal.